Hier ist Nina von Kundenmeister. Heute zeige ich Ihnen das Aufgabenmodul, mit dem Sie ganz einfach Aufgaben verwalten können, sowie einen Überblick über Ihre offenen Aufgaben und die Aufgaben Ihrer Mitarbeiter erhalten. Somit gehen keine Kundenanfragen und Projekte verloren und jeder Mitarbeiter weiß immer ganz genau, was zu tun ist. Im Bereich Neue Aufgabe legen Sie einfach und schnell neue Aufgaben an. Diese Aufgaben können direkt Projekten, Verkaufschancen wie auch Kontakten zugewiesen werden. Ein Beispiel für so eine Aufgabe könnte daher lauten Webshop und die dazugehörige Bezeichnung Webshop erstellen. Sie können die Priorität Ihrer Aufgabe mittels Drag & Drop auf einfachste Weise definieren. So wissen Sie auf einen Blick, welche Aufgaben Sie sofort erledigen müssen und für welche Sie noch Zeit haben. Klicken Sie nun auf das Bild Nehmen der Aufgabe, erscheinen all Ihre Mitarbeiter und Sie können so jemanden diese Aufgabe zuweisen. Damit Sie wissen, wie es mit Ihren Aufgaben vorangeht, gibt es einen Schiebebalken, welcher den Fortschritt Ihrer jeweiligen Aufgabe kennzeichnet. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, das Aufgabenmodul mit dem Kundenmeister-Zeiterfassungsmodul zu kombinieren und Seiten können so einfach ausgewertet werden und Sie sehen auf einen Blick, wie viel Zeit bereits in die Aufgabe investiert wurde. Klicken Sie nun direkt auf die Aufgabe, erhalten Sie zu dieser nähere Informationen, wie beispielsweise das Startdatum, die Deadline oder aber auch, ob die Aufgabe verrechenbar ist. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, wichtige Dokumente für die Aufgabe mittels Drag & Drop hochzuladen. Außerdem können auch Kommentare zur jeweiligen Aufgabe hinzugefügt werden. Ein Beispiel für so einen Kommentar könnte lauten, Design für den Webshop ist fertig. Klicken Sie nun auf den Senden-Button, erhält jener Mitarbeiter, dem Sie vorhin diese Aufgabe zugewiesen haben, eine Mail mit dem Kommentar. Aufgaben zuweisen und verwalten geht somit einfach und schnell. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg mit dem Kundenmeister-Aufgabenmodul. Vielen Dank.